hallo moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen video von jogg juggler 66 stunde der wahrheit wir machen heute ohne große einleitung und ohne viel vorlesen was letztes mal gelesen oder besprochen wurde weiter in dem wunderbaren buch von der ehemaligen nonne margaret l shepherd mit dem titel enthüllung über die geheimen priesterbeichte und die abscheulichkeit der vorgeburtlichen taufe ja wie gesagt wir haben da schon eine ganze menge drin gelesen und im augenblick sind wir in dem thema dabei dass die römisch katholische theologie lehrt dass es 15 verschiedene arten von hindernissen gibt die die ehe behindern und das nächste mit dem wir uns beschäftigen ist ehebruch sanktioniert pater franz xaver fegeli sagt in seinen praktischen fragen zu den aufgaben des beichtvaters in der augsburger ausgabe von 1750 auf seite 284 zitat wer ein junges mädchen mit ihrem einverständnis in die irre führt macht sich nicht der sünde schuldig denn sie ist herrin ihrer eigenen person und kann ihre gunst nach ihren wünschen verteilen ende zitat nun ich glaube ein jeder mensch der das gerade eben gehört hat und vernünftig denken kann einen vernünftigen menschenverstand hat sagt sich wenn ein junges mädchen in die irre geführt wird wie kann das dann mit ihrem einverständnis passieren niemand lässt sich doch in vollem bewusstsein seiner sinne in die irre führen weil wenn man merkt dass man die irre geführt wird dann ist das hier etwas was man selbst nicht will ja hier wird also wieder ein wunderbares beispiel von jesuitischer in diesem fall auf jeden fall katholischer kasuistik und sophistik gebraucht und ich habe dazu auch eine bemerkung gemacht in einer fußnote dieser lautet hier haben wir ein vorzügliches beispiel der rechtfertigung der pädophilie in der römisch katholischen kirche denn wir müssen uns ja eins immer vor augen halten diese ausnahme die wir hier stehen haben ja wer ein junges mädchen strich einen jungen jungen oder einen kleinen jungen mit seinem oder ihrem einverständnis in die irre führt macht sich nicht der sünde schuldig denn er sie schräg strich er ist herrin herr ihrer eigenen person oder seiner eigenen person und kann ihre seine gunst nach ihren seinen wünschen verteilen jetzt habe ich das mal richtig schön geschlechtsneutral vorgelesen was für ein blödsinn immer diese einteilung es geht ja um menschen es geht ja um kinder gottes die von teufeln verführt werden wir ganz klar so wie es ist ja wir sind alle kinder gottes einige angenommen von gott einige nicht angenommen diejenigen die wiedergeboren sind angenommen und die anderen sind nicht angenommen aber wir sind alle kinder gottes und jeder priester oder sonst was mensch macht sich schuldig an einem verbrechen an einem kind gottes wenn er jemandem etwas zufügt was gegen den gesunden menschenverstand gegen die gebote und alles geht ist doch mal ganz klar das müssen wir doch mal eben feststellen wir sind alle kinder gottes jeder mensch der hier auf dieser erde rumläuft ist ein kind gottes wir kennen doch nicht das herzen der anderen menschen wir wissen doch nicht ob die gott auch akzeptieren oder nicht das ist für gott um das zu entscheiden aber wenn ich mich an einem anderen menschen vergehe in welcher art und weise auch immer dann vergie ich mich immer an einem kind gottes und es ist nicht weil wir menschen noch im zarten kindesalter sind oder diesen zarten kindesalter entwachsen sind dass wir keine kinder gottes mehr sind wir sind ein kind gott auch wenn wir 120 jahre alt werden sind wir immer noch ein kind gottes ganz egal wie alt wir sind wir bleiben kinder unseres vaters im himmel ja und hier macht sich ein priester wer ein junges mädchen mit verständnis in die irre führt da geht natürlich aus davon dass es ein priester ist weil es sehr praktische fragen zu den aufgaben eines beichtvaters also welcher beichtvater auch immer ein junges mädchen schrägstrich jungen mit ihrem ein verständnis in die irre führt macht sich nicht der sünde schuldig denn sie ist herrin ihrer eigenen person und kann ihre gunst nach eigenen wünschen verteilen aber er schreibt doch selber ein junges mädchen und jung ist hier gar nicht mal definiert jetzt lass uns doch mal sagen wir sprechen von einem achtjährigen jungen was weiß der denn schon davon dass er hier missbraucht wird viele haben da doch gar kein verständnis für es gibt ja auch verschiedene arten der sexuellen missbrauchs der kinder aber hier wird dem beichtvater dem römisch katholischen priester ein freibrief eingeräumt mit ihrem einverständnis der priester fragt den jungen ist es okay wenn ich dich am hintern anfasse und der junge denkt sich da nichts bei und sagt vielleicht ja weiß das ja nicht was danach dann alles noch passiert da sprechen wir jetzt mal eben besser nicht drüber aber genau so passiert das weil der priester dieser entschuldigung den ausdruck notgeile bock ja der überhaupt keine ahnung von familienleben oder sonst was hat weil er eben durch das zölibat sich dazu entschlossen hat alleine zu leben hat aber seine gelüste und befriedigt diese gelüste an schutzbefohlenen ja was ist sonst ein kind bitteschön was in den beichtstuhl kommt und dann wird noch gesagt wer ein ich verändere den titel jetzt mal den text jetzt mal eben wer einen jungen menschen mit seinem einverständnis in die irre führt macht sich nicht der sünde schuldig denn der junge mensch ist herr seiner eigenen person und kann seine gunst nach seinen eigenen wünschen verteilen so steht es da ein wenig neutraler geschrieben also ich bin da nicht mit einverstanden ich weiß ja nicht wie ihr das seht aber ich als bibelgläubiger christ ich kann dann niemals mit einverstanden sein was hier steht das ist reine kasuistik und sophistik um die verfehlungen der römisch katholischen priester ganz besonders der beichtväter gut zu heißen pater escobar konferius sagt dasselbe in seiner moral theologie die 1655 in lyon im folio gedruckt wurde und auch pater mulet drückt sich in seinem kompendium der moral ähnlich aus jetzt haben wir also die aussage der augsburger ausgabe 1750 von fegeli und wir haben die aussage von konferius 1655 das ist fast 100 jahre davor im folio das ist damals wurden die die dinge oftmals in folio gedrückt ihr könnt euch darüber informieren was das heißt in die technischen sachen gehe ich jetzt nicht rein das war halt nicht in buchform und auch pater mulet drückt sich so nach seinem kompendium der moral ähnlich aus jetzt gehen wir mal davon aus im aller günstigsten fall was nicht so ist aber im aller günstigsten fall dass das ab 1655 so war ich kann euch sagen es war viel früher noch aber gehen wir mal davon aus vom aller günstigsten fall dann sprechen wir da heute von über 350 jahre dass das so stattgefunden hat in der römisch katholischen kirche dass das die römisch katholische moral ist im umgang mit jungen menschen die ihr einverständnis geben zu dingen wo sie sich auch überhaupt nicht bewusst von sind was das überhaupt beinhaltet da kommt es drauf hinaus letzterer der pater mulet drückt jedoch noch etwas hinzu oder für entschuldigung fügt jedoch noch etwas hinzu zitat wer das mädchen durch gewalt drohung oder list dazu bringt den pfad der tugend zu verlassen ohne ihr die ehe versprochen zu haben ist verpflichtet das junge mädchen zu entschädigen und ihr eine mitgift zu geben damit sie einen mann findet der sie heiratet wenn er nicht selbst um sie wirbt ende zitat der berühmte escobar sagt was eine verheiratete frau durch ehebruch erlangt darf sie als wohlverdientes vermögen betrachten nur muss ihren mann an ihrem gewinn teilhaben lassen also mit anderen worten eine verheiratete frau kann und zucht betreiben wenn das aber geld einbringt dann muss sie das geld nur mit ihrem mann teilen und alles ist in ordnung also wenn das keine sophistik und kasuistik der zehn gebote ist dann weiß ich nicht mehr was pater buni oder boni ein bekannter jesuit drückt sich in seiner moral theologie gedruckt in paris 1653 also nochmal zwei jahre vor dem dem conferius aus 1655 drückt sich in seiner moral theologie gedruckt in paris 1653 auf seite 77 in bezug auf die unkeuschheit folgendermaßen aus zitat es ist nach allen beschreibungen von personen zulässig zuchtlose orte zu besuchen um dort sündige frauen zu bekehren obwohl es sehr wahrscheinlich ist dass man selbst in die sünde fällt da man nur zu leicht durch den anblick und die zärtlichkeit dieser frauen verführt werden kann dies ist jedoch keine vergewaltigung sondern nur unzucht da vergewaltigung zwang bedeutet unzucht hingegen beruht auf gegenseitigem einvernehmen und dadurch entsteht kein schaden ende zitat entschädigung für unmoral der nächste punkt peter gordon ein schottischer jesuit schreibt in seiner allgemeinen moral theologie band 2 buch 5 zitat ein mädchen das sich vergnügt hat das recht einer entlohnung zu erhalten nur darf sie den preis nicht zu hoch ansetzen das gleiche gilt für jedes junge mädchen die heimlich ihrem beruf nachgeht eine verheiratete frau hat jedoch nicht den gleichen anspruch auf entgelt da der gewinn für die prostitution nicht vorher festgelegt wurde ende zitat also nach der moral theologie von pater gordon darf ein mädchen sich vergnügen und dafür geld empfangen sie darf nur den preis nicht zu hoch ansetzen jedes junge mädchen das einem beruf nachgeht darf das ebenso ja was ist denn bitte schön mit dem gebot du sollst nicht ehe brechen so wie es biblisch gemeint und verstanden sein muss das wird hier vollkommen auf die seite gestellt aufgrund der moral theologie der römisch katholischen priester und ganz besonders der jesuiten die wir hier lesen preise für begangene sünden sanktioniert von antichrist papst johannes dem 22 priester die sich die befugnis herausnehmen mit ihren verwandten im konkubinat zu leben sollen 76 franken 1 zu zahlen eine ehebrecherische frau die die absolution anstrebt um sich der verfolgung zu entziehen und eine ausnahmebefreiung zur fortsetzung ihrer fehlbaren beziehungen zu erhalten soll dem papst 78 frau 3 zu zahlen in einem ähnlichen fall soll ein ehemann die gleiche steuer auferlegt werden wenn sie mit ihren kindern inzest begangen haben sollen sie zusätzlich 6 frau bezahlen jetzt versteht ihr so langsam weil papst johannes der 22 ist glaube ich um die zeit des 14 des 15 jahrhunderts ich kann das ja mal eben nachschauen aber ich meine das war der zur zeit vom konzil von constant papst wie ist er jetzt ich suche jetzt gerade das johannes der 22 ja suchen wir das mal eben raus johannes der 22 man nannte ihn den fuchs von kajor er lebte zwischen 1245 und 1334 also 14 des jahrhunderts ok das war auch übrigens in der zeit von diesem schisma glaube ich irgendwo dass sein pontifikat auch mit anderen päpsten geteilt wurde weil papst oder was papst ne das war papst johannes paul der 23 entschuldigung den wir ja auch in den 60er jahren zurückkennen also hier dieser papst lebte im 14 jahrhundert ja 1245 oder 1249 wurde er geboren und er starb 1334 also wurde irgendwas von über 80 jahre auf jeden fall ne und da war der erste papst der bis zu seinem tod ausschließlich in avignon residierte also rom hat er nie gesehen aber das ist eine andere römische geschichte da könnt ihr euch an einer anderen stelle darüber informieren aber dieser papst also 13 jahrhundert ist er geboren im 14 jahrhundert ist er geboren im 14 jahrhundert ist er geboren und er gestorben der gibt bereits die aussage dass priester die sich die befugnis herausnehmen mit ihrem verwandten im konkubinat zu leben 76 franken 1 zuzahlen sollen eine ehebrecherische frau die die absolution anstrebt um sich der verfolgung zu entziehen und eine ausnahmebefreiung zur fortsetzung ihrer fehlbaren beziehungen zu erhalten soll dem papst 78 franken 3 zuzahlen in einem ähnlichen fall soll ein ehemann die gleiche steuer auferlegt werden wenn sie mit ihren kindern inzest begangen haben sollen sie zusätzlich 6 franken zahlen wisst ihr was das ist das ist die erklärung dessen dass wir heute bußen haben also geldbußen strafen und dass wir wie sagt man das so schön na jetzt komme ich gleich auf den namen lizenzen haben ja lizenzen um unzucht zu betreiben ja ihr kennt das vor allen dingen aus dem englischen wenn ihr ein klein bisschen amerika kennt und so da wisst ihr leute brauchen eine heiratslizenz hier in deutschland oder hier in belgien in deutschland braucht man das ja auch man muss ja seinen heiratswillen öffentlich aushängen öffentlich bekannt machen in amerika ist es halt da spricht man von einer marriage license also einer heiratslizenz einer heiratserlaubnis warum ja das findet vor dem staat statt und muss deswegen eine lizenz haben und eine lizenz muss man mit einer gebühr bezahlen und hier ist das genau gleiche und wenn wir darüber nachdenken wo heutzutage die geldbußen her kommen dann sehen wir doch mal hier du kannst diese verbrechen sage ich jetzt mal begehen im konkubinat leben jetzt mal abgesehen davon wie die römisch katholische kirche im konkubinat definiert oder eben du kannst inzest betreiben mit deinen verwandten wenn du zusätzlich sechs frauen zahlst zu den 78 frauen und drei zu sechs frauen extra dann sind das 84 frauen und drei zu und dann kannst du inzest betreiben oder dann ist dir das vergeben heutzutage wird einem das vom richter mehr oder weniger auferlegt aber da versteht ich jetzt mal wo das herkommt die römisch katholische kirche macht ihre eigenen gesetze und wenn du dich innerhalb dieser gesetze bewegst ist alles in ordnung wenn du dich außerhalb der gesetze bewegst dann musst du eine lizenz eine erlaubnis dafür haben was glaubt ihr denn wo zum beispiel im englischen driver's license herkommt was wir führerschein nennen normalerweise dürfte sich jeder mensch hinter das auto setzen und fahren und sobald er fahren kann und die regeln kennt das ist überhaupt kein problem nein 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 die regierungsform unter der wir leben die immer geführt wird von der geistlichen macht die über der weltlichen macht steht die sagt von da musst du dir eine lizenze von erwerben für sowas ist alles erstmal verboten das darfst du nicht und um dann die erlaubnis zu bekommen da musst du dir dann die erlaubnis holen da musst du dann zum beispiel einen führerschein machen und solche ganzen sachen ich habe mich mit der sache früher mal ein bisschen intensiver beschäftigt und bin zu dem schluss gekommen das ist auch der grund weshalb wir uns im auto anschnallen müssen nur als ich hier in den 90er jahren nach belgien kam war ich von der anschnallpflicht befreit aus dem einfachen grunde weil ich leibwächter und fahrer eines drei sterne generals war der gefährdet war immer mit waffe fahren musste und da musste ich mir die anschnallen um immer bewegungsfreiheit zu haben und da habe ich mir gesagt ja wenn ich aber hier während meines jobs befreit bin warum muss ich mich dann privat anschnallen und seitdem habe ich mich eigentlich nie mehr angeschnallt heute die letzten zehn jahre oder was 15 jahre war ich komplett ohne mich anzuschnallen das ist eben meine verantwortung ja wie gesagt ich habe mich darüber informiert und hier sehen wir mal ein wenig wo das herkommt hier kannst du jede sünde gegen gott begehen aber der gott dieser welt der sagt wenn du das machst da musst du ein bisschen geld bezahlen und dann ist das in ordnung und wir dürfen ja nicht vergessen er sagt hier im zweiten absatz eine ehebrecherische frau die die absolution anstrebt was ist denn das die absolution es ist die frau hat ehebruch begangen aber will diese sünde vergeben wissen dann muss der priester ihr absolution erteilen und er erteilt nur absolution wenn buße geleistet wird in diesem fall wenn ein bestimmter geldbetrag bezahlt wird für die bestimmten übertretungen die dort begangen wurden das ist die moral theologie der römisch katholischen kirche darum sitzen wir in einem zwischen anführungszeiten rechts zeichen zu anführungszeichen darum sitzen wir zwischen anführungszeichen in einem rechtssystem in dem man alles machen kann wenn man nur genug geld hat um sich davon freizukaufen habt ihr das noch nicht verstanden guckt euch da mal die ganzen prominenten an die zum beispiel vor den richter geschleppt werden wegen steuerhinterziehung jeder normale mensch geht dafür 30 jahre in knasten jetzt mal übertrieben gesagt ein wenig und die die leisten die zahlen die zahlen lassen das zurückzahlen dann eine ordentliche strafe obendrauf wo sie das geld hernehmen wo die strafe von kommt das ist vollkommen wurscht und dann gehen die mit einer kleinen strafe wieder nach hause das ist jetzt nur ein beispiel man könnte so viele aufzählen das ist eben der rechtsstaat in dem wir leben ein rechtsstaat der gekoppelt ist an das römisch katholisch kanonische recht und im römisch katholisch kanonischen recht ist eben auch die moral theologie der römisch katholischen kirche eingearbeitet und deswegen sind solche dinge vollkommen legitim das muss man sich mal vorstellen aber nur für bestimmte leute und ganz sicher für leute die zur hierarchie der römisch katholischen kirche gehören also zum beispiel priester und alles was glaubt ihr denn warum es überhaupt keine verfolgung von pädophilen sachen von priestern gibt der priester wird einfach versetzt in eine andere in einen anderen kreis eine andere parochie oder wie heißt das jetzt ach das muss ich mal kurz im deutschen nachschlagen ja also hier im niederländischen nennen wir das parochie in deutschland heißt das einfach nur gemeinde also er kriegt eine andere gemeinde er kriegt eine andere eine andere schafherde zugteil sage ich jetzt mal aber ansonsten bleibt alles beim alten und wenn mal irgendwo ein besonderes exempel statuiert werden soll dann kommt es in die zeitungen und dann gibt es auch mal hier und da einen fall wo einer von der zivilen regierung dafür abgeurteilt wird aber verfolgt das mal weiter was dann wirklich tatsächlich an urteil kommt und vollstreckt wird das ist nur zum heulen ne also da hält die römisch katholische kirche ganz schützend ihre hand drüber und man sieht das ja schon hier man kann sich hier selbst von inzest freikaufen mit 84 francs und 3 sous das ist römisch katholische moral und die moral der römisch katholischen kirche gilt überall wo die römisch katholische kirche ein konkordat abgeschlossen hat weil im konkordat staat ist die römisch katholische kirche die einzige die es zu fördern gilt die einzige die als rechtliche religion überhaupt in existenz sein darf dass sie nebenbei hier und da noch andere duldet wie zum beispiel in deutschland wo ja protestanten also evangelikale evangelische kirchen noch geduldet werden das ist eine sache aber wenn es mit der duldung vorbei ist kannst du gar nichts machen weil das ist alles festgehalten im konkordat ja und durch dieses konkordat unterwirft sich der staat komplett der römisch katholischen kirche und die hat ihr römisch katholisch kanonisches recht heutzutage heutzutage jammern die menschen von jaho die ganzen muhammedaner die kommen mit ihrem scharia und alles das ja furchtbar darunter zu leben scharia ist nichts weiter als eine billige kopie von römisch katholisch kanonischem recht wenn römisch katholisch kanonisches recht so durchgeführt wird wie sie es gerne durchgeführt haben wissen wie sie es gerne durchgeführt wissen wollen wie es in der zukunft passiert wenn die römisch katholische kirche die macht erstmal richtig in der hand hat dann ist scharia ein spaziergang am nachmittag in der sonne im park ja weil wir haben das schon erlebt was dann passiert wenn die römisch katholische kirche vollkommen ihre macht zur schau stellen kann denkt mal an die dunklen jahrhunderte zwischen dem 13. und 16. jahrhundert mit der inquisition schaut euch mal die dinge an die in der inquisition getrieben wurden wie menschen dort behandelt wurden ich weiß nicht von im deutschsprachigen raum wie viele interessante bücher es dazu gibt ich habe ja mit henry charles lear den ersten von drei bänden mal gelesen aber da stand ja noch nicht allzu viel von den ganzen methoden damit drin die die inquisition gebraucht hat um die leute zu zum reden zu bringen ja um diese inquisition also die befragung durchzuführen ich weiß nur es gibt bestimmte abschnitte in dem buch code word babylon teil 2 ne the antichrist is a woman alive and well again und es gibt bestimmte teile in den büchern von der geschichte des protestantismus von james atkin wiley vor allen dingen da wo er über die valdenser spricht da wird einem schlecht wenn man auf die seite nur guckt da muss man das noch gar nicht mehr richtig gelesen haben wenn man das anfängt zu lesen dann kann einem nur der ja der appetit vergeht einem sowieso weiter gehe ich da jetzt gar nicht mehr drauf ein also da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren wenn die römisch katholische kirche losgelassen ist dann ist sie wie ein reißender wolf unter kleinen küken um euch mal ein kleines bildliches beispiel geben zu können da wird nichts gespart also verschont ich wollte jetzt auch gar nicht so viele kommentare geben ich meine das ist ja hier nicht geplant also ich habe das buch hier vor editiert und das ist die einzige art und weise wie ich es gelesen habe richtig mit verstand lese ich das ja auch hier zum ersten mal ich habe das kapitel hier jetzt nicht vorgelesen aber ich finde wenn wir solche dinge hier lesen da muss man sich da eben von bewusst sein das kommt durch die machtsposition der römisch katholischen kirche die wir alle ihr nur einräumen jetzt nicht jeder persönlich von uns sondern eben das zusammenleben das wir staat nennen ist das hier in belgien belgien ist das in deutschland deutschland die gemeinschaft der völker oder die gemeinschaft der menschen die hat nichts dagegen auf diese art und weise missbraucht zu werden das ist nun mal so wenn es um den einzelnen geht dann ist es eine andere sache aber das ist doch immer so hier in belgien sagt man so schön das fährt von meinem bett das ist weit von da wo ich wohne was interessiert mich die nachricht von da und da das ist weit von weg wo ich wohne das betrifft mich ja nicht wenn die leute bei mir auf einmal vor der haustür stehen dann betrifft es dich wirklich und wie denkst du dann über bestimmte dinge nach wie denkst du darüber nach wenn die männer mit den dunklen hüten auf einmal kommen dich mitnehmen und langsam anfangen dir mit bestimmten geräten jeden fingernagel einzeln vorsichtig von der von der haut abzuziehen ohne dir irgendwelche schmerzmittel zu geben weil sie eben wollen dass du bestimmte dinge aussagst oder nicht aussagst oder wenn sie dir kleine nadeln unter die fingernägel treiben und dann am ende weg die abnehmen und dann die finger stück für stück abschneiden und die abgeschnittenen stücke in offenes feuer halten dass die blutung aufhört ja jetzt sagt dir von jörg was erzählst du denn da das sind ganz normale folter methoden aus der vergangenheit aus der zeit der inquisition und noch viel schlimmer dann auf einmal ist das interessant tja da kann ich nur sagen man muss vorher bereits die stimme gottes hören die da sagt in offenbarung kapitel 13 18 vers 3 und 4 kommt heraus aus ihr mein volk dass ihr nicht teil habt an ihren sünden wie habe ich denn teil an ihren sünden wenn ich nicht sage und wenn ich am sonntag in die kirche gehe und den eucharisten schlucke und damit das Opferritual dass jesus christus sein erreichtes werk hier auf dieser erde vollkommen verneint wenn ich das alles tue ja und wenn ich in dieser in dieser gesellschaft lebe und mich nach dieser gesellschaft richte und ganz klar weiß wenn ich das was diese gesellschaft an werten hat gegen die bibel halte dann bleibt dann nicht viel von über was dabei übrig bleibt wo das sagt wo die bibel sagt von das ist in ordnung das ist konformität das ist sich unterwerfen an diese autorität und da gibt es nur eine sache die man machen kann man kann sich von der welt nur los sagen man lebt zwar weiter in dieser welt weil physisch ist das ja gar nicht anders möglich aber man ist nicht von der welt man nimmt nicht an diesem ganzen weltlichen leben teil durch also zu sportveranstaltungen zu gehen durch sich mit seinen freunden irgendwo alkohol oder andere drogen zuzuführen sozusagen auszugehen zu tanzen nach satanischer musik und zu betreiben wie die bibel es ganz klar vorliegt und wie wir hier schon drüber gesprochen haben diese ganzen dinge nein wenn ich meinen job irgendwo in der welt getan habe der hoffentlich einigermaßen konform der bibel ist dann ziehe ich mich in meine eigenen vier mauern zurück und lebe mein leben für mich und meinen herrn so mache ich das und ich sage nicht dass ich das von anderen auch verlange ich sage euch nur das ist was es heißt zwar in der welt zu leben aber nicht von der welt zu sein ich bin nicht mehr von dieser welt als wiedergeborener christ und ich habe da überhaupt kein ähm problem mit andere leute haben da vielleicht ein problem mit und okay hier und da ist man eben auf sich alleine gestellt und wenn man dann sogenannte freunde anspricht um einem hier und da vielleicht mal zu helfen dann ist das schwierig weil diese freunde hat man nicht mehr nein aber man hat eine ganz große christliche familie naja ganz groß so groß ist die bei mir nun auch nicht aber es geht da nicht um die größe es geht nicht um die quantität es geht um die qualität der familie die man hat geistlich ja aber solange ich in dieser welt lebe und mich dieser welt vollkommen unterwerfe und mitmache an dem ganzen kram ja da muss ich mich auch nicht beschweren wenn ich keine gerechtigkeit empfinde weil die gerechtigkeit nach römisch katholischer moral theologie ist was anderes als die gerechtigkeit von unserem schöpfer gott im himmel aber lesen wir noch mal weiter die absolution und die versicherung gegen jede verfolgung wegen der verbrechen der vergewaltigung des raubes und der brandstiftung soll den schuldigen 131 franc und 7 zu kosten die absolution für den einfachen mord an einem laien wird mit 15 frau 4 zu und 8 der dinaren besteuert hat der mörder am selben tag mehrere personen getötet so soll er nicht entsprechend mehr zahlen haben wir da noch was zu sagen das sind die aussagen des papst johannes der 22 der sein leben lang in südfrankreich gewohnt hat der nächste punkt der die ehe verhindert hier ist inzest von päpsten in der vergangenheit wurde inzest praktiziert von leo dem dreizehnten dem derzeitigen pontifex also das ist zu der zeit wo die margaret shepherd das buch geschrieben hat 90er jahre des 19 jahrhunderts gegen eine geldzahlung gebilligt zweifellos konservativ eingestellte protestanten würden nicht zögern die behauptung über leo den dreizehnten den gegenwärtigen papst für falsch zu erklären aber es ist meine absicht dies zur zufriedenheit meiner leser zu beweisen und ein dementi von jedem römischen prälaten und priester herauszufordern wenn sie denn können inzest ist ein abscheuliches verbrechen das von gott verflucht wird und das der mensch mit entsetzen ansieht der staat verurteilt und bestraft jeden der sich dieses verbrechen schuldig macht aber die römisch katholische kirche hat diese praktik stets zugelassen reverend dr justin die fulten einer der größten und bedeutendsten christlichen geistlichen und antikatholischen redner unserer zeit ein mann den man durchaus als den martin luther dieses jahrhunderts bezeichnen könnte und dessen einfluss als schriftsteller und redner zu diesem speziellen thema von der römischen hierarchie in amerika mehr gefürchtet wird als von jedem anderen in der öffentlichkeit sagt in seinem bewundernswerten buch the fight with rome also der kampf mit rome über den charakter der päpste unter deren einfluss luther sein wirken hatte auf den seiten 238 und 239 zitat sixtus der vierte kam 1741 an die macht als kardinal war untreu gegenüber seinen schwestern und er schockierte kleine kinder durch eine bulle setzte er seine unehelichen kinder als römische fürsten ein er ließ die medici in florenz ermorden seine grausamkeit war unbeschreiblich elf mal im jahr wurden die gefängnisse der inquisition gefüllt und die opfer abgeschlachtet der geruch des verwesenden fleisches und der anblick der zuckenden gliedmaßen erfreuten ihn innocenz der achte bestieg den thron im jahre 1484 dem jahr nach luthers geburt also das pontifikat erlangte hatte er 16 uneheliche kinder er starb im jahre 1492 dann kam alexander der sechste als mensch als bischof als kardinal und als papst braucht man die nicht zu beschreiben als synonym für schande ist er verging sich an einer mutter und ihren beiden töchtern nach dem tod der mutter brachte er eine der töchter in ein kloster und machte die andere zu seiner geliebten mit ihr hatte er fünf kinder und eines davon die schöne lucretia verführte er seinerseits er starb 1503 an einer vergiftung der anblick seines leichnams schwarz entstellt stark angeschwollen von priestern und kardinellen verlassen von arbeitern begraben in einen sarg gezwängt und aus dem blickfeld genommen spottet jeder beschreibung pius der dritte führte ein wahres leben und wurde nach 26 tagen abgesetzt führte ein wahres leben weil dann muss ich mal mit dem englischen gucken ob wir das richtig übersetzt haben ja die übersetzung stimmt so also ein wahres leben heißt ein ehrliches leben wobei ich ehrlich sagen muss ehrlich ein papst der ein wahres leben oder ein ehrliches leben führt kann es gar nicht geben sonst wäre er in erster stelle überhaupt nicht papst geworden jedenfalls wurde er nach 26 tagen abgesetzt wohl ein zeichen deswegen dass er nicht zu kriminell im in seinen taten war oder nicht kriminell genug war wie es für den posten sich geziemt um es mal so auszudrücken julius der zweite starb in einem anfall von leidenschaft dann kam leo der zehnte das war übrigens der zurzeit martin luthers er war johannes vom medici also aus der medici familie er war von geschwüren zerfressen und wurde auf einer senfte nach rom getragen der geruch des geschwürausflusses war so schrecklich dass es fast zur auflöhnung des kollegiums kam aber als die ärzte sagten er könne noch einen monat leben nahmen die kardinelle seine bestechungsgelder an simonie er hat den posten also nur bekommen weil er bestochen hat weil er sich das amt erkauft hat das nennt man simonie das kommt von simon margos apostelgeschichte kapitel 8 nahmen die kardinelle seine bestechungsgelder an und machten ihn zum papst dann wurde er gesund auch wie mirakulös auf einmal er war raffinierte als alexander wenn nicht sogar unverdorbener er widmete sich der kunst half beim bau des petersdoms half beim bau des petersdoms der bau des petersdoms wurde hauptsächlich möglich gemacht durch das eintreiben von ablass briefen unter anderem tetzel der grund warum martin luther die 95 thesen an die tür geschlagen hat half beim bau des petersdoms das muss man vielleicht sich ein wenig tiefer angucken kann diesen satz nicht einfach so stehen lassen wie gesagt das buch ist nur auch um euch eine idee zu geben forscht diese dinge mal selbst ein wenig tiefer weiter für euch selber und dann steht hier eben er widmete sich der kunst half beim bau des petersdoms und erfand den ablass handel der luther auf dem plan rief nach dem tod seines bruders und seines neffen änderte leo der zehnte den eifer der ihn zu beginn ausgezeichnet hatte er gab sich dem vergnügen der jagd hin er ließ vier meister der kunst damit beschäftigen nie dagewesene essensgerichte zu erfinden für die die gläubigen jährlich sieben millionen für die versorgung der papsttafel zahlten er starb am ersten dezember 1521 im alter von vierundvierzig jahren nachdem er fast neun jahre lang papst gewesen war dann kam adrian der sechste der versuchte die kirche zu reformieren und einst drohte er damit nach deutschland zu gehen die lehren lotters zu studieren und sollte er die tiara verlieren sich zum glauben zu bekehren und mit dem reformater zusammen zu arbeiten um das theokratische gebäude zu stürzen und die kirche zur anbetung der wahren religion christi zurückzuführen ja wenn man das hier liest dann kann man ja nur den schluss ziehen adrian der vierte ist der john f kennedy der römisch katholischen kirche nicht wahr weil was hat john f kennedy gemacht er hat sich auch gegen die kirche gewandt und eine ganz wichtige aussage die glaube ich bei michael in der sendung niemals niemals besprochen wurde steht hier in codeword babylon im buch 2 als zitat von john f kennedy jetzt muss ich nur mal eben gucken ob ich das auf die schnelle finde das ist hier in einem der letzteren kapitel hier 45 oder sowas 46 war hier bei 45 steht es gar nicht drunter das zitat von john f kennedy und das war zehn tage bevor er ermordet wurde also von daher hat das da nicht direkt was mit zu tun das ist hier jetzt alles über 9 11 das was ich jetzt hier gerade aufmache hier finde ich das jetzt auch nicht ich weiß dass es hier drin steht ich habe es ja gelesen aber in welchem kapitel das ist ein bisschen schwierig bei über 70 kapitel das findet man nicht so schnell da stand jedenfalls drin dass john f kennedy gesagt haben soll zehn tage bevor er dem attentat zum opfer fiel dass er wüsste wer die macht wirklich in amerika hat und er würde nicht aus dem amt gehen ohne darüber seine mitbürger vorher informiert zu haben und zehn tage später war er dann tot wir kennen alle die berühmte ansage die er machte gegen die geheim organisation wo er dann eben auch das von der monolithischen verschwörung sagte wo mich ja auch darauf eingegangen ist wo ich auch schon verschiedene mal darauf eingegangen bin eine monolithische verschwörung kann nur auf die jesuiten weisen aber das ist natürlich auch nur etwas was mehr oder weniger eingeweihte verstehen wenn man darüber spricht aber wir wissen alle dass john f kennedy verschiedene dinge getan hat die dem papst nicht gefallen haben er hat den greenback wieder eingeführt also den gold gestützten eigenen dollar außerhalb des zentralbankensystems das von dem vatikan durch die rothschilds geführt wurde er wollte aus dem vietnamkrieg aussteigen er wollte die geheimgesellschaften bloßstellen und so weiter und so weiter was er nicht alles gemacht hatte und das war genug um ihn zu töten und jetzt lesen wir hier auf einmal adrian der sechste versuchte die kirche zu reformieren wie es ja luther zuvor auch bereits getan hatte luther durch raus zu gehen und er hier durch die position des papstes dann zu haben und er drohte damit nach deutschland zu gehen die lehren luthers also des ketzers zu studieren und sollte er die tiara also den papst titel dadurch verlieren sich zum glauben zu bekehren also zum wahren glauben zum biblischen glauben an jahwe und jesus christus und zwar den einzigen eingeborenen sohn jesus christus der bibel und nicht den der einer römisch katholischen kirche vorgelehrt wird und dann mit dem reformator martin luther zusammenzu arbeiten um das theokratische gebäude zu stürzen und die kirche zur anbetung der wahren religion christi zurückzuführen das sind an sich nobel klingende vornehmen nur oder vorhaben nur wenn der adrian der sechste die bibel gelesen hätte dann wüsste er dass die römisch katholische kirche dass der antichrist erst zerstört wird mit der wiederkunft jesu christi davor das keinen zweck da kann man nur eben dem der stimme gottes folgen der da sagt an offenbar und kapitel 18 vers 3 und 4 kommt heraus aus ihr mein volk dass ihr nicht teilhab an ihren sünden und dass ihr nicht empfangt von ihren plagen denn ihre sünden sind bis in den himmel gekommen und gotts hat sich ihre übertretungen erinnert jetzt mal eben so aus dem gedächtnis das kurz zitiert ja also man kann die römisch katholische kirche gar nicht reformieren deswegen finde ich persönlich auch die von der reformation zu sprechen totalen quatsch gab nie eine reformation es gab einen ausstieg oder teilweise ausstieg aus dieser römisch katholischen kirche das einzige was man machen kann da rausgehen reformieren kann es den teufel nicht der absatz fährt jedenfalls fort und sagt kaum war diese entschlossenheit bekannt erhob sie ein konzert von flüchen gegen ihn und es wurde ein versuch nach dem anderen unternommen ihn zu ermorden und dann werden sie dann wahrscheinlich auch das geschafft haben wir können uns ja mal kurz adrian der sechste hier im internet anschauen ich kann aber eben das in die suchmaschine eingeben ist ja manchmal interessant solche dinge auch mal live zu machen adrian der sechste wikipedia war bis zu bürgerlich namen floris sohn florenz sohn bujens also hat wahrscheinlich irgendwie eine abstammung aus den niederlanden vom namen her in damaliger schreibweise und so weiter im deutschen auch unter dem namen adrian von utrecht bekannt ich habe das ja vorher noch nicht gelesen jetzt sehe ich aus dem namen schon alleine niederländische abstammung mit bürgerlichen namen adrian floris sohn f l o r i s z o o n sohn das ist sohn in niederländisch sohn bujens b o e y e n s das ist bujens spricht man das aus das ist ein niederländischer name das erkenne ich sofort in damaliger schreibweise halt im deutschen auch unter dem namen adrian von utrecht bekannt geboren 1459 in utrecht und gestorben 1523 in rom war vom 9 januar 1522 bis zu seinem tode papst der römisch katholischen kirche das heißt 9 januar 1522 bis 14 september 1523 das ist ein jahr und acht monate gut neun monate höchstens ja und kirchliche und politische karriere na ja da könnte man jetzt in die dinge reingehen dann geht es über das pontifikat am 9 januar 522 nach dem tod von papst leo den zehnten wo er gerade darüber gesprochen hatten zu dessen nachfolger gewählt wurde hadrian zu dessen nachfolger gewählt nachdem die wahl des erklärten frankreich gegners kardinal china am widerstand der französischen kardinelle gescheitert war und so weiter und so weiter und dann drei kardinelle überbrachten ihm der nicht am konklave teilgenommen hatte die nachricht von seiner wahl die er am 8 märz 1522 annahm nachdem er am 25 august 522 in an land gegangen war fand seine krönung am 31 august 522 statt kardinal marco cornaro als amtierender kardinal protodiakon setzte ihm die tiare auf als papstnamen erhielt er sein behielt er sein taufnamen bei das tat nach ihm lediglich noch papst marcellus der zweite durch sein bestreben von der verschwenderischen hoch hof haltung der renaissance päpste abstand zu nehmen rief hadrian schon bald die kritik und den widerstand der von den früheren verhältnissen begünstigten kleriker und künstler hervor unbestritten aber für seine gegner auch provozieren waren sein persönlicher integrer lebenswandel seine tiefe gelehrsamkeit und seine frömmigkeit und dann geht es noch weiter aber ich werde euch den link hier mit in die beschreibung des videos reintun dann könnt ihr über diesen papst weiter selbst lesen also das finde ich einen der interessantesten absätze die ich bis jetzt in diesem ganzen buch gelesen habe ich war ich habe es damals ja als ich es editiert habe auch gelesen aber habe mich da nicht so drauf gestürzt wie jetzt hier wenn man diese ganzen verfehlungen der päpste sieht die sie alle natürlich mit ihrer moral theologie rechtfertigen können weil es gab ja nicht nur morallehre ab der zeit der jesuiten mit dem 16 jahrhundert es gab ja vorher auch schon welche dann ist dieser hadrian der sechste ja wirklich ein lichtblick darin ja gott hat seine hand und seine menschen eben überall und selbst wenn einer dieser menschen erst mal auf den papstthron geschafft hat auf welche art und weise auch immer da kann er gar nicht vollkommen recht sage ich jetzt mal überall gehandelt haben um diesen platz zu bekommen aber hat ihn bekommen schlussendlich aber sobald er dann seine pläne bekannt machte dass er für eine reformation in der kirche sorgen wollte wurde ein versucht nach dem anderen unternommen ihn zu ermorden da könnt ihr ja mal selbst nachforschen wie das dann nachher stattgefunden hat im jahr 1523 also als nachfolge von adrian dem sechsten wurde dann clemens der siebte papst und machte alles zunichte was adrian zu erreichen versucht hatte während seiner regierungszeit wurden die täufer verfolgt also die baptisten und anabaptisten wieder täufer und in weniger als einem jahr gab es mehr als 150.000 märtyrer sie begnügten sich damit zu predigen zu leiden und zu sterben zur gleichen zeit wendete sich heinrich der achte von rom ab also der englische könig der sich dann selbst zum kopf der englischen anglikanischen kirche ernennt und sich von rom frei spricht nach clemens kam 534 paul der dritte und dieser paul der dritte das steht hier jetzt nicht das ist erkläre ich euch jetzt eben dieser paul der dritte war derjenige der a 1540 den orden der jesuiten mit der bulle regimini militantes ecclesial ordinierte für die römisch katholische kirche und der mithilfe der jesuiten auch das konzil von trient 1545 half einzurichten und aufzurichten er hat glaube ich auch die einladungsbulle dazu geschrieben das ist paul der dritte dieser paul der dritte der die vetternwirtschaft noch weiter vorantrieb als alexander der sechste er war der feind der bildung die menschen müssen dumm gehalten werden nur die kleriker dürfen was wissen der freiheit und des christentums und wir sprechen hier jetzt über das wahre christentum er war der feind von bildung von freiheit und christentum und wenn das christentum für irgendetwas steht dann ist es bildung von hauptsächlich lesen können das wort gottes lesen können und durch das wort gottes gott gerecht leben zu können und sich entwickeln zu können und frei zu sein vom joch von rom wie jesus christus sagte mein joch ist leicht werft euer joch ab mein joch ist leicht und kommt zu mir doch die reformation verbreitete sich und etablierte sich obwohl papst paul der dritte dagegen gearbeitet hat und dann finden sehr interessante geschichtliche dinge statt kriege alle möglichen dinge im 16 jahrhundert ab 1530 die nirgendwo besonders besprochen werden die nirgendwo gelehrt werden auch die meisten leute haben überhaupt keine ahnung mit der augsburger konfession und 1555 was da alles passierte dinge die die anleitung gaben zum dreißigjährigen krieg anfang des 17 jahrhunderts zwischen 1609 und 1639 die keine ahnung davon haben was derzeit passierte habe ich darüber ausführlich darüber gesprochen in der lesung von grisinger theodor grisinger und die geschichte der jesuiten da habe ich ausführlich darüber gesprochen was zum dreißigjährigen krieg führte wie das alles zusammenhang hingen und ich hatte damals auch noch nicht das wissen das ich heute habe also das buch habe ich weiß ich 2019 oder 2020 2019 oder so muss das sein gelesen und in der zwischenzeit habe ich auch mehr erkenntnis und wissen erlangt ich würde das heute das buch heute wahrscheinlich noch anders lesen noch andere forschung da dran knüpfen als damals aber für die leute die es überhaupt nicht kennen ist das schon mal ein interessanter anknüpfung anknüpfungspunkt also dieser paul der dritte der 1534 kam war der feind der bildung der freiheit und des wahren christentums doch die reformation verbreitete und etablierte sich es ist unmöglich die grausamkeiten roms aufzuzählen ihre geschichte spiegelt sich im blutbad auf dem und auf dem schlachtfeld wieder in den seufzern der leidenden unschuld ihr weg ist durch das blut von mehr als 50 millionen der edelsten und besten menschen der erde gezeichnet über das grab der valdenser und albigenser der baptisten und verehrer des wortes gottes warf der bischofsstab seinen schatten als luther hervortrat um christus und seine kreuzigung zu predigen während der bibel las machte sich der sünde schuldig wenn eine bibel aufbewahrte machte sich seines todes schuldig lucretia borgia die eigene tochter des papstes alexander der sechsten leitete die kirchlichen angelegenheiten und die kardinalsversammlung in der tracht einer bakante mit nacktem busen und einem von einem musselinmantel bedeckten körper in diesem zustand dachte sie über fragen der zügellosigkeit nach und half dabei im einklang mit den geschriebenen gesetzen zu regieren 50.000 prostituierte und sie selbst erhielten so unanständige streicheleinheiten so dass burkhardt ausrief horror niederträchtigkeit schande das meine lieben das ist der vatikan man stelle sich den zustand der dinge vor wenn bischöfe und priester sich jeder form des genusses hingeben inmitten aus diesen saustall erhob sich luther der doch gesagt hat als er nach rom ging wenn es eine hölle gibt dann ist rom darauf erbaut er hat es gesehen er war da tausende prostituierte die sich den priestern hingegeben haben ja sagst du aber das ist nicht leo der dreizehnte sage mir was er getan hat jeder wird mit mir anerkennen dass die ehe zwischen einem onkel und einer nichte unter die sünde des inzestes fällt und wenn in einer gemeinde bekannt würde dass ein protestantischer geistlicher kenntnis von einer solchen beziehung zwischen einem paar hat das heiraten will würde er aus dem dienst entlassen und zum gespött der gemeinde werden wenn er sich vorsätzlich an der sünde beteiligt indem er sie in den bund der ehe einbindet die presse würde ihn richtigerweise verurteilen doch im jahr 1889 verliebte sich prinz amedeo von spanien in seine eigenen lichte und wollte sie heiraten da er wusste dass der staat eine solche inzestuöse ehe verbot wandte er sich an leo den dreizehnten der hingegen eine zahlung von 20.000 dollar die der prinz in die kirchenkanzlei einzahlte die ausnahme bewilligung erteilte das objekt seiner unnatürlichen neigung zu heiraten diese tatsache ist bekannt und liegt erst zum schreiben dieses buches zum zeitpunkt des schreiben dieses buches sechs jahre zurück es wurde kein einspruch erhoben die presse hat das schamlose verbrechen nicht kommentiert und das blasfemische merkmal diese ausnahme bewilligung ist dass der papst behauptete es im namen und in der autorität unseres herrn und erlösers jesus christus zuzulassen dessen stellvertreter er sich selbst nennt wenn inzest eine von gott verurteilte und verfluchte sünde ist macht die zahlung von 20.000 dollar an den gegenwärtigen papst von rom ihn nicht weniger zur sünde hier geht es um prinz amedeo von spanien mal kurz in einer google suche gucken was uns da google zu zu sagen hat muss die andere seite auflassen den link wollte ich euch ja geben prinz amedeo von spanien wikipedia und jetzt mal gucken 59 sprachen kriegen wir auch in deutsch ja wurde geboren am 30 mai 1845 in turin und starb am 18 januar 1890 eben da war könig von spanien herzog von arosta und italienischer general leben könig von spanien thronverzicht rückkehr nach italien amaldeos amaldeos heiratete am 30 mai 1867 die italienische prinzessin maria del pozzo della cisterna aus der ehe gingen drei söhne hervor am 11 september 1888 heiratete er maria laetitia bonaparte sie war die tochter von napoleon hier ging ein sohn hervor hier ist interessant hier steht jetzt von incest nicht direkt was drin das würde mich bei wikipedia auch gewundert wenn man da diese ganzen kleinen kleinen drin erfährt also überlasse ich es einem jeden dass er das vielleicht gerne mal selber nachforschen kann wenn wir hier das einfach in die suchmaschine eingeben ich könnte ja dahinter incest noch mal schreiben inzest mal sehen ob es dann irgendwelche resultate gibt fatale inzucht ein reich in den betten spektrum der wissenschaft maximilian der erste erbkrankheiten bei adel die habsbohrer ja dass das eine inzuchtfamilie ist das wissen wir ja schon länger gut also königliche mische hier bei wiki brief steht da anscheinend was darunter königliche mischehen sind die praxis von mitgliedern herrschender dynastien die in eine andere regierende familie einheiraten in der vergangenheit geschah dies häufiger als teil der strategischen diplomatie im interesse internationaler interessen obwohl dies manchmal durch gesetzliche vorschriften für personen mit königlichem gebot durchgesetzt wurde war diese monarchien häufiger eine frage der politischen politischen politik oder tradition und so weiter kann man sich ja vielleicht mal durchlesen also inzest und hier auch inzucht hier schon mal drittens inzucht steht hier unten auch noch weiter wird alles behandelt in diesem artikel ich gebe euch auch diesen link mal mit dann könnt ihr euch damit mal darüber ein wenig informieren aber das was wir jetzt gerade eben hier gelesen haben das ist doch wohl ganz ganz deutlich nicht das was gott der schöpfer vorher gesehen hat dass man hier inzest betreiben kann und gegen eine bezahlung von 20.000 dollar darf man das und wird einem das erlaubt und wird man natürlich auch wird einem natürlich auch absolution erteilt wir lesen täglich fährt die autoren vor die untersuchungen des lexo ausschusses und die in die untersuchung des lexo ausschusses da habe ich jetzt ein link zugefügt auch auch zu wiki brief da steht drin das lexo komitee das zwischen 1894 und 95 tagte war eine wichtige untersuchung des sind new yorker senats zur korruption der polizei in new york die untersuchung des lexo komitees die ihren namen vom vorsitzenden des komitees erhielt war die umfassendste von mehreren solchen kommissionen die im 19 jahrhundert eingesetzt wurden das während seiner anhörungen gesammelte zeugnis umfasste mehr als 10.000 seiten und der daraus resultierende skandal spielte eine wichtige rolle bei der niederlager von tammany hall bei den wahlen von 1894 und der wahl der reformverwaltung vom bürgermeister strong die untersuchungen wurden auf druck von charles henry parkhurst eingeleitet und da könnt ihr euch dann gerne darüber informieren der link steht im buch unten auf seite 36 aber aber um eben mit dem text weiter zu gehen weil wir sind ja beinahe zum ende gekommen wir lesen täglich die untersuchungen des lexo ausschusses und die öffentliche meinung ist angesichts des ausmaßes an korruption erpressung betrug und schurkerei der männer die geschworen hatten die interessen von recht und ordnung zu schützen fast gelähmt ja die haben noch nie davon gehört dass diese leute geistige vorbehalte einrufen die können schwören was sie wollen wie der amerikanische präsident wenn der einen meineid schwört der verfassung und dem amerikanischen volk zu dienen dann wird er davon vom papst freigesprochen diesen meineid gebrochen zu haben gesprochen zu haben weil das im interesse der kirche passiert ist und wenn es im interesse der kirche passiert ist dann ist es der zweck heilig die mittel schon mal gehört was geht bei diesem lexo ausschuss auch drüber man muss das mit der richtigen kenntnis mit dem richtigen verstand lesen ja wir lesen täglich die untersuchungen des lexo ausschusses und die öffentliche meinung ist angesichts des ausmaßes an korruption erpressung betrug und schurkerei der männer die geschworen hatten die interessen von recht und ordnung zu schützen davon ist die öffentliche meinung fast gelähmt der kongress es würde das volk der vereinigten staaten von amerika in tiefe und dauerhafte dankbarkeit versetzen wenn er ein komitee nennen würde dass die umfangreichen anklagen wegen unreinheit und verrat die gegen die römische hierarchie erhoben werden vollständig untersuchen würde deren bekenntnis system so verrottet so abscheulich und lüstern ist dass reine gemüter nicht in der lage sind all seine abscheulichkeiten zu begreifen und dieses system wird wenn man es wachsen und gedeihen lässt unsere öffentlichen institutionen zerstören den kindern die in der pfarrschule erzogen werden verrat einflößen die soziale reinheit demoralisieren unsere geöffnete bibel verbrennen unsere staatskasse berauben und menschliche fackeln an den ufern unserer flüsse und auf unsere öffentlichen plätzen anzünden damit endet die lesung für heute und das war eine kräftige wahre und heute im jahre 2024 immer noch und in zehn jahren immer noch gültige aussage der reformierten schwester margaret l shepherd in diesem wundervollen buch dass sie hier ende des 19 jahrhunderts geschrieben hat enthüllung über die priesterbeichte und abscheulichkeit der vorgeburtlichen taufe wo wir jetzt wirklich an das eingemachte in der römisch katholischen kirche kommen ich danke euch fürs zuhören und zuschauen und ich hoffe ihr habt erkenntnis gewonnen und wenn nicht dann lest das buch selbst und macht eure eigene nachforschung in der richtung und vergesst niemals an erster stelle eure bibel zu lesen weil das ist der maßstab an dem alles in dieser welt gemessen werden muss und wenn ihr den nicht kennt dann dann fallt ihr in dieselben fallen dann fallt ihr in dieselben abscheulichkeiten wie die welt und davor möchten der herr unser schöpfer und jesus christus und auch ich durch dieses vorlesen bewahren also bitte lest eure bibel shalom maranatha so 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 so